Hallo, willkommen in der Produktbewertung. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die 5 besten Tintenstrahldrucker Test. Ich habe diese Liste basierend auf meinen persönlichen Recherchen und Meinungen erstellt und versucht, sie anhand ihrer Qualität, ihres Preises, ihrer Haltbarkeit und mehr aufzulisten. Wenn Sie den Preis sehen und mehr über diese Produkte erfahren möchten, können Sie den Link unten in der Beschreibung unten überprüfen. Auf Platz 5 haben wir die Epson Werkforce. Dieser großzügig ausgestattete Tintenstrahldrucker ist für den flexiblen Einsatz geschaffen und hat die Möglichkeit, die meisten Verbraucher zu ermutigen. Anwender betonen seine zuverlässige Funktion, Zähigkeit sowie hervorragende Druckqualität. Das Modell ist nur eines der vermeintlichen Olin-Wan-Gadgets und hat so sinnvolle Zusatzfunktionen wie Scannen und Kopieren an Bord. Eine positive Funktion ist ein spezieller Papiereinzug für das automatisierte mehrseitige Scannen, der für 30 Blätter erstellt wird. Das Papiereingangsfach fasst ca. 100 A4 Blatt, das ist heute einfach. Wenn dieser Drucker jedoch als Bestandteil eines Netzwerks genutzt werden soll und für eine Reihe von Personen gleichzeitig leicht zugänglich ist, kann diese Kapazität zeitnah abgenutzt werden. Umzug auf Nummer 4, haben wir die HP Diskjet 1110. Dieser Drucker wird bei Verbrauchern bevorzugt, die in ihren Ausführungen überdurchschnittliche Druckqualität hervorheben, bestehend aus Bilddruck. Das auffällige Preis-Leistungs-Verhältnis wird ebenfalls häufig positiv hervorgehoben. Mit diesem 42,58 x 21,56 x 12,43 cm großen Drucker präsentiert der Anbieter eine tragbare Version, die in jedem Arbeitsplatz oder in einer kleinen Studie noch genügend Platz findet. Darüber hinaus begeistert der HP Diskjet 1110 mit seinem angenehmen, weißen Farbton und ist damit ein stilvolles Residenz-Accessoire. Der HP Diskjet 1110 ist ein reiner Drucker, so dass weder der Kopierer noch die Scan-Funktion an Bord sind. Auf Platz 3, haben wir die Epson Expression Home. Dieser Epson Ohlin-Wandhinten-Strahldrucker ist bei Anwendern beliebt und hat auch tatsächlich überwiegend positives Feedback erhalten. Sowohl die Raten als auch die Steuerungsaufgabe ohne Probleme, der Text sowie der Fotodruck sind ebenfalls ermutigend. Die Epson Expression Home XP342 gehört zu den Ohlin-Wand-Modellen, neben Text- und Fotodruckbar können Duplikate gemacht oder Aufzeichnungen überprüft werden. Nach Kundenangaben erledigt dieses Modell alle Aufgaben mit Bravour. Kunden können diesen Drucker auf verschiedene Weise an ihr Computer-System oder Mobiltelefon anschließen, unter anderem ist der Epson Expression Home XP342 mit einer WLAN-Nutzeroberfläche, einem USB-Anschluss und einer Wi-Fi-Direct-Funktion ausgestattet. Um zu Gov Nr. 2, haben wir die Canon PIXMA IP7250. Diese elegante Version des Marktführers Canon bewertet nicht nur mit ihrem durchdachten Design, sondern auch mit einer überdurchschnittlichen Druckqualität. Im Allgemeinen boten die Verbraucher dem PIXMA IP7250 extrem günstige Antworten, wobei der Komfort der Ratenzahlung sowie die einfache Kontrolle betont wurden. Der nützliche Tintenstrahldrucker begeistert mit einer platzsparenden Designlösung, sodass in jedem Regal genügend Platz für dieses Werkzeug ist. Der Drucker verbindet sich mit einem WLAN-Router, kann aber auch über einen USB-Kabelfenseer an ein externes Werkzeug angeschlossen werden. Die Vorderseite des Druckers ist mit zwei Papiereinzugsfächern ausgestattet, wobei das Fach für das Bildpapier mit herabgefallenen Blättern 13x18 cm voll sein kann. Schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die HP ENVY 4525. Dieses Druckermodell wird häufig gekauft und ist auch nur eine der besten Anbieter. Die Kunden schätzen viel und betonen neben dem hervorragenden Bilddruck die Vorteile des sofortigen Tintenprinzips von HP. Der HP ENVY 4525 ist ein sogenannter Olin-Wan-Drucker, der bei Bedarf als Fotokopierer und Scanner eingesetzt werden kann. Dieser Drucker nutzt ein praktisches Kombinationspatronensystem mit einer schwarzen Tintenpatrone und einer bunten San-Magenta-Gelben Patrone. Der Drucker ist zur schonenden Fläche entwickelt und mit einem 2,2 Zoll Bildschirm für eine wesentlich einfachere Steuerung ausgestattet. Um nur einige Dinge zu nennen, das HP ENVY 4525 Design eignet sich für den randlosen Bilddruck sowie für den Duplexdruck. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.